Herzlich Willkommen allen Freunde zurück zu Jedi Star Wars Fallen Order Ja im letzten Part sind wir den ganzen Weg hier gesprungen Ich glaube da hinten sogar auch, ja ich glaube ja, ja ich denke ja Und heute geht es hier weiter und da hinten sehen wir schon Feinde Leute Aber wir haben ja ein cooles Lichtschwert ne Den Kampfstil weiß ich nicht wie der heißt, aber wir haben auf jeden Fall einen Zack Und schnell, sehr gut Ne, 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 du nervst mich nicht Haha Oh Gott Da kommt noch einer Huch, hu, hu, hu Zack, zack, zack Sehr gut Perfekt Meine Güte Ich werde immer besser Warte Ich tue das Mikro ein bisschen weiter runter Oh, ich werde ja immer besser Oh, nein Ich werde ja immer besser Heute nehme ich außerdem im Liegen auf, weil Sitzen ist mir heute total gestreckt Und Sitzen ist nicht gesund Leute, ja? Merkt euch das bloß Merkt euch das Neue Mentes Lackierung Uh, schauen wir doch mal direkt rein Hm Gefällt mir jetzt nicht so Obwohl, der Sternige, ach ne, der ist der neue Ja, nehmen wir mal Nehmen wir mal mit Oh Leute Oh Leute Ich habe jetzt glaube ich eine Woche kein Star Wars mal gespielt Ich versuche das nämlich jetzt immer am Samstag oder Sonntag aufzunehmen Oh Gott Hier ruckelt es aber Hu, 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 hu Halt dich doch fest, Kel Oh Gott Kann ich irgendwie? Ah, ah, mitspringen, mitspringen Ok Oh Gott Junge, Junge Ich wollte sowas ja auch schon ewig mal machen Wie bei Ice Edge einfach Einfach irgendwo runterrutschen durch eine Schlucht Und um sein Überleben kämpfen Was wissen Sie? Nichts von Cordova Ich glaube, die wissen nicht, dass er hier war Dann sind wir im Vorteil Noch Noch, ok Ich hätte gerne gewusst, was hier unten ist Vielleicht gucken wir da einmal runter Achso, einfach nur tiefer Abrund Ok Ok, ok Äh, hol mal Licht raus Das hat ein bisschen Hat es auch mit dein Ach, mit deinem Lichtschwert Läufst du da auch herum Ok Da ist ein Kuckalloch Hier sind ganz viele Kuckallöcher So hat man die hier reingemacht Ey, es ruckelt zwischendurch ein bisschen, ne? Uh, da ist ja was Oh mein Gott Uh, da ist noch was Was macht ihr denn hier? Warte, wir gehen nochmal hier gucken Hier ist nichts Ok, dann gehen wir weiter Dann gehen wir weiter Oh, x Oh Gott, lass mich bloß in Ruhe Ok, ok Wo sind wir hier gelandet? Ist das im Bossraum, oder was? Ja, es untersuchen Wo denn? Ich schon grad, hier Das ist interessant Wir sind hier richtig Ok Äh, wieder zwei Wege So wie ich das sehe Komm, gehen wir erst rechts lang Obwohl, da sieht es weiter aus Ich glaub, hier ist einfach nur eine Sackgasse, ne? Ja gut, da gehen wir erst hier Gucken Hier ist echt nur eine Sackgasse Ok Oh, Leute Es wird wieder gruselig Zumindest für mich Also so lang, ne? Also so bisschen ruckelt's, ne? Das kann doch nicht sein Ich hab den besten PC der Welt Ok Ich musste kurz überlegen, wie ich hier springe Ich denke, wir springen erstmal hier drauf Und jetzt scannen Lernen wir jetzt was Neues, vielleicht? Ich komm nicht durch Brauch ich mich dem? Ne Schade Weil, ich meine, ne? Hier, die können doch so einen Druckangriff machen, oder nicht? Aber wieso Kellen nicht? Oder muss man das auch lernen? Vor uns ist da ein Sturm Er hat die Ausrüstung des Imperiums lang belegt Etwas zieht mich dorthin Nicht nur der Sturm Geh dem nach Lass die Macht deine Instinkte schärfen Na gut Ich geb mein Bestes Äh, hier ist ein ganz schön großes Areal, ne? Da hinten ist glaub ich ne Kiste Da würde ich eigentlich ganz gerne als erstes hin Aber wir Gucken mal eben, was so hier ist meditieren Na gut, können wir machen Können wir machen, ne? Fähigkeitenpunkt haben wir nicht Oh, ich hab trotzdem drauf geklickt Naja X ausruhen bitte, danke Dann gehen wir mal jetzt hier Runter würde ich sagen Und gehen jetzt hier ein bisschen entdecken Da ist noch so ein Ding Sind sie verbunden? Uh Ist hier ne kleine Kleines Rätsel oder was? Okay, schauen wir uns gleich an Aber mich interessiert eigentlich am meisten die Kiste da hinten Hallo, bist du böse? Nein Doch Doch ist er Okay, sorry Dann, dann, dann musst du leider weg Oh mein Gott Bist du gut? Sorry Ich dachte du wärst lieb Aber dann hast du mich angegriffen Das fand ich nicht so nett Ne? Also, bitte mich nicht nochmal angreifen Danke So, hier haben wir ne Kiste Mal gucken was drin ist Oh, na gut Na gut Oh, es war also was drin Neue Lichtschwerthülse erhalten Okay Gucken wir auch mal direkt rein Äh Ne Achso, ne Können wir wahrscheinlich noch an ner Weltbank machen Stimmt Stimmt, ja Da ist auch so ne verschlossene Tür Okay Möchte mal ganz kurz gucken, ob der Zaun so in Ordnung ist, Leute Ich glaube ich muss mir mal eben kurz mein Aufnahmefenster Bisschen weiter nach rechts schieben Damit ich das sehen kann So, okay So, müsste, doch, doch Zaun müsste eigentlich in Ordnung sein Das ist noch so ein Ding Wie leuchtet's da oben? Da waren wir da vorhin, oder nicht? Ja, aua Ich weiß, Kelly Ah, zwei Zwei Ja, dann kommt gleich noch eins Aaaaaaah Aaaaaaah Okay Ah, juck Oh mein Gott, ey Die sind ja schwerer als alle anderen Zum Glück spiele ich auf leicht, Leute Zum Glück Pfff Ja, da oben, da war ich doch vorhin, oder nicht? Ich verstehe das nicht Ich war da Wir gehen mal hier in die Höhle rein Okay Okay, geht Doch Mal kommt ihr nochmal zurück, oder? Ja, kommt man Okay Kurz Angst gehabt Sieht aus wie ne Tropfsteinhöhle Oh Gott Oh Gott Was ist das denn hier für ne Musik? Ich hol mal lieber mein Nichtschwert raus Hab bisschen tschüss Oh Gott Ah, Lel Jetzt sind wir im Sturm Einen Sturm habe ich noch nie gesehen Ja, unglaublich Ah, ich kenn den Hahahaha Hahahaha Boah, ich bin so glöck, Leute Aber was mit dir? Aber was mach ich denn jetzt mit dir? Okay Achso, Bibi bis hier Ah, oh Gott Oh Gott Was hab ich hier jetzt gemacht? Mein Freund Das ist die früheste Sefo-Stätte, die wir bis jetzt entdeckt haben Trotz Bedenken könnte ich das Burgano-Gewölbe nicht aus meinen Gedanken vertreiben Seine Visionen formten den Weg einer ganzen Kultur Ich muss verstehen, warum Äh Es wird ganz schön dunkel hier Wir gehen immer noch weiter runter Okay, es wird wieder heller Oh Okay Gott, Leute, ey Sind wir im Untergrund? Wie komm ich hier denn wieder raus? Voll, was bewegt sich darin? Das ist riesig Imperial? Ein Anzeichen hier unten Was ist mit Cordova? Ich weiß nicht genau, wonach ich suche Erkunde aus Grab von Elran Exzentrisch? Wem sagst du das? Aber er würde uns nicht zum Spaß hierher schicken Bleib offen für alles Hier, hier, hier muss doch bestimmt die Kugel rein, oder nicht? Weil ich glaub nicht, dass ich hier runterspringen kann Ne, das glaub ich schon mal nicht Och Gott, Leute, ey Jetzt bin ich hier gefangen in einem Grab Aber wie krieg ich die Kugel da runter? Was machst du? Du machst nichts, okay Weil es sieht doch danach aus, dass man die Kugel da einfach runterschieben muss, oder? Danach sieht es für mich aus Aber nein, wir dürfen das noch nicht Okay, dann erkunden wir halt erstmal das Grab Hast du das gesehen? Oh Gott Greif mich das an? Ne, wir gehen weiter Wenn ich mich nicht angreife Wieso sollte ich es besiegen? Aber ich bräuchte jetzt eigentlich nur für meinen Daten Oh, ist da vorne die Kamera erschreckens? Ne, doch keine Schlangen Oh, oh Gott Aua Au Oh mein Gott Okay Wieso kommt hier Wind raus? Oh Gott, dieses Viech liebt er noch Oh Uhuhuhu Huuu Nicht geschafft Okay noch mal Okay, ich merke mir und jetzt Müssen hier rüber Mann ich muss gleich noch mal gucken wie man läuft aber aber ich kann man ja nicht so richtigen ach so ich kann ja auch einfach die wand hier nutzen stimmt okay jetzt geht es noch tiefer runter sehr gut okay wir haben jetzt eine kugel ja die sehe ich aber ich kann damit immer nichts machen soweit ich das weiß mit der luft ok hier seitdem ihr neuen durchgang gemacht machen wir ja auch luft das ist interessant so was machen wir jetzt okay die kugel geht noch weiter ich versuche es gleich mal mit dem r vielleicht klappt es vielleicht nicht sehen wir dann nein okay das geht nicht müssen wir uns mal eben hier die aber ich wüsste jetzt auch nicht wann ich irgendeinen webelsturm hier stoppen sollte weil hier müsste eigentlich ein webelsturm erschaffte a a nichts sagen ach so kann ich also um hilfe bitten ja ich weiß es muss jetzt hier da ich stoppie beziehungsweise ich kann hier schon mal stoppie machen so dann mache ich hier jetzt stoppie so oh gott hat es geklappt nein ich war zu schlecht okay dann machen wir es langsam machen wir jetzt hier einmal so dann einmal dicht der weht da weiter der macht hier stopp hier machen wir jetzt auch so aber da müssen wir ganz ganz schnell so und dann hier ausmachen ausmachen so und dann müsste er dahin wuhuhuhu oh gott leute den habe ich überhaupt nicht benutzt ne egal egal so wir haben es auf jeden fall geschafft puh ey alter schwede wir fanden rituale der seppos statt wir haben hier macht nur vertrainiert okay wir haben jetzt macht die sens bekommen interessant jetzt ist die frage wo geht es hier weiter ne da nicht ah da hinten dann wahrscheinlich okay cool cooles grab auf jeden fall cooles grab wusste doch hier ist was so ich würde aber auch ganz ganz speichern da ist ja noch eins man 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 da ist noch eins bb ich brauche gleich Hilfe alles ok bd1 hat man gern ne ich möchte gerne nein stimm bd1 danke das helfe ich gern da müssen wir das grab hier leider ein bisschen zerstören ok da haben wir wieder ne kugel hier haben wir ne wand hier können wir vielleicht hochklettern ja ok wenn wir das hier benutzen dann weht das nach dahinten meins ich kann mich da dran boah das ist aber schwer wieso zeigt mir der das hier an na gut na gut keine ahnung wieso er mir das anzeigt aber wir hallo gehen wir wieder weiter ah ich kann es auch stoppen ok ich habe es verstanden ich habe es verstanden so machen wir oh gott verkackt wir warten nochmal ein bisschen nein nein oh gott ich bin so schlecht im timing aber wir probieren es nochmal wir warten nochmal ok wir warten nochmal Junge hä willst du mich jetzt hier komplett verkackern oder was ne oh ne n ne 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 Wir machen es jetzt anders. Wir machen es jetzt anders. Schließen nochmal. Dann machen wir das hier. Oh, Kacke. Es bleibt jetzt schon direkt von Anfang an da hinten. Ne, so wollte ich das nicht. Mal schließen, bitte. Ja, mach einfach. So. Mist, ey. Mist, ey. Ich glaube, das ist nicht die Rätsellösung, ey. Könnte das vielleicht so. Aber er braucht immer so lange. Er braucht immer unfassbar lange. Er braucht... Alter. Wie kriege ich das denn hin? Er braucht einfach viel zu lange, um dieses Ding hier einzusetzen. Oh, Gott. Ne. Hat weder nicht geklappt. Nein. Mach doch. Schneller. Ah. Woohoohoohoo. Aua. Oh, Gott. Oh. Boah, alter Schwede. Ich brauche einen Speicherpunkt. Oh mein Gott. Muss mal ganz kurz gucken, wie lang die Aufnahme ist. Ich sehe es nämlich gerade nicht. 21 Minuten. Hmm. Hmm. Machen wir noch ein bisschen? Ne, eigentlich ist es echt blöd, wenn wir jetzt noch weiter machen. Aber wir machen eben hier noch, äh, Fähigkeiten bauen. Ach, ne. Aber wir haben neue Machtpunkte bekommen. Hey, ich dachte, wir hätten Machtlizenz bekommen, dass wir jetzt hier mehr auswählen können. Ne, können wir aber nicht. Okay, Leute. Dann würde ich sagen, das war's für heute. Ich muss mein Mikro irgendwie anders platzieren, ne? Damit ihr mein Gesicht seht. Äh, wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Bis dann, euer Kamito. Haut. Und... Und bis dann. Hm. Du, 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 du. Du, du, du. Du, 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 du. Du. Und das ist alles.